Übung 5 A Haben Sie einen Termin frei? Geht es am Freitag um 9.30 Uhr? Ja, das geht. Gehen wir am Freitag ins Kino? Am Freitagabend kann ich leider nicht, aber am Samstag. Gehen wir am Freitag um halb 10? Ja, das ist gut. Treffen wir uns am Montag um 8? Um 8 geht es leider nicht, aber um 9. Untertitelung des ZDF, 2020